Musik Liebe Weitgenossenen, liebe Weitgenossen, liebe Helfer, ein Jagdtag geht zu Ende. Früher hatte ich mir ausgetacht, was ich sage. Ich wollte sagen, jeder Tag ist Jagdtag, aber nicht jeder Tag ist Fangtag. Das nehme ich zurück. Erstmal, der Wettergott war gut zu uns. Es hat mich gefreut, dass jeder von den Jägern Anblick hatte. Wer hatte keinen Anblick? Also, alle. Ich freue mich über eine gute Strecke. Es liegen, sind gestreckt 13, bis jetzt 13 Stücken Schwarzwäld, 10 Rehe und ein Fuchs. Dafür erstmal herzlichen Dank allen, die daran beteiligt waren. Wir möchten gleich als erstes die Brüche übergeben. Und zwar weiß jetzt jeder, wessen Stück er hat. Ich weiß es nicht, wessen Stück es ist. Eine Flasche, bitte. Warum? Dann kommt er mit. Komm. Kraste Klinik. Ein Kaila. Der Herr Bucco. Hassi Zweitmannsheil. Mensch Jochen, jetzt muss die Bachen selber beschlagen. Warum Päler geht rein? Ja, was ist das? Was ist das? Wer hat denn die Scheiße? Das ist Wille. Lehmann. Ja, der ist noch beim Aufbrechen. Komm, Wille, es kommt! Geht das sei jetzt, warum? Machst du auch einmal die Hände! Philipp, weit mal sein! Das nächste Stück, was er geschossen hat, ist noch nicht hier, Philipp. Noch mal weit mal sein! Richtig, hierher! So, jetzt kommen die Bachen. Eine Bache. Der liegt hier. Der hat warm, nass. Der, zweit mal teilen. Die nächste Bache? Lige kleiner! Leer! Wer hat nicht geschossen? Der Herr Buck! Der Herr Buck, seid mal teuer? Seid, das ist gut. Ja, da kann ich sagen, dass ich gelohnt habe. Arbeitst du denn bei dem? Ich arbeite doch nicht bei dem. Keine Riesenbacher! Und wo hast du denn was? Eine Ehe? Das war nie wie eine Bacherarbeit. Das wollte man keiner werden. Mein lieber Peter, du die nächste. So, Peter! Peter, du hör mal schon ab und dann, du liegst ja schon da. Wir sind ja noch erst am Streckenplatz, wir sind ja noch nicht fertig. 13 Sauen und 10 Rehe. So, das muss ungefähr 50 Euro sein. Wen, wen? Ja, das ist ja auch nicht mehr. So, das muss ungefähr 50 Euro sein. Wen, wen? Ja, das ist ein Metall. Klinik. So, das muss auch nicht sagen. third Wer ist der Leer? Der kann aber nicht, der muss ich dann nur machen. Eine Flasche, eine Kiste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017